Guten Tag, herzlich willkommen zu einem Teil meiner Sales und Vertriebsmanagement-Vorlesung im Rahmen der Fernlehre und heute geht es um das Thema Vertriebssteuerung. Was sind die Kernaufgaben der Vertriebssteuerung? Es ist einmal die Steuerung der Marktbearbeitung, wenn ich mir das anschaue, dann geht es weiter zum Management von Zielkonflikten, das heißt kurzfristiger Verkaufserfolg versus langfristiger Profitabilität, dass ich dieses Wort herausbringe, eine langfristige Profitabilität, dann geht es weiter um die Entlohnung und Anreize von Vertriebsmitarbeiter im Rahmen der Vertriebssteuerung, das heißt ich muss ein Vergütungssystem definieren, das sollte auch gerecht sein, da sollte man was verdienen können, wenn man eine Leistung bringt und dann als vierten Punkt geht es um den Controlling-Prozess, das heißt ich möchte hier eine Zielkontrolle durchführen, aber auch Abweichungsanalysen, haben wir was erreicht, haben wir was nicht erreicht, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir es doch erreichen, war es der Markt und und und, da gibt es sehr, sehr viele Aufgaben, die man sich anschaut, also das sind die Kernaufgaben. Die Vertriebssteuerung ist also nichts anderes, mit der sich die strategischen Ziele des Unternehmens, die wir vorher festgelegt haben, in operativ umsetzbare Vertriebsziele umlegt, also strategisch in operativ umlegt. Vertriebssteuerung kann ich jetzt nach drei Methoden machen, das wird Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, das eine oder andere, vielleicht aber auch das eine oder andere nicht. Na ja, die Vertriebssteuerung kann man jetzt nach drei Methoden machen, eben Absatzzahlen orientiert, nach Funktionen und Aufgaben oder auch nach dem sogenannten Verkaufstrichter, vielleicht auch bekannt als Sales-Fundle. Absatzzahlen orientiert, was kann das heißen? Das heißt, ich gehe hier sehr stark über Absatzzahlen, ich habe mathematische Methoden, wo ich berechne und Jahresprognosen anstelle, das heißt, ich mache einen Vergleich mit Ist-Zahlen, Soll-Ist-Vergleiche werden Sie in Ihrem Unternehmer wahrscheinlich schon gehört haben und ich mache eine Umlage der Zielvorgaben vom Unternehmensziel auf die Abteilung und dann auf den Mitarbeiter. Das ist die einfachste Methode. Großer Nachteil ist der, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Verkäufer und es gibt unterschiedliche Qualitäten bei den Kunden, Kundengrößen, der eine tut sich viel leichter, weil er einen großen Kunden hat und Sie müssen 15 kleine machen. Da gibt es sehr oft eben diese individuellen Gegebenheiten, die sollte man sich überlegen, die sollte man sich anschauen und dann entsprechend für die Vertriebsmitarbeiter anpassen. Da können Sie sehr viel Ärger vermeiden. Die Gegenargumente sind ja natürlich immer, ich kann nicht für jeden Einzelnen alles verändern, ist vollkommen klar, aber die Qualität der Kunden würde ich hier als Empfehlung schon berücksichtigen. Da kann ich das auch nach Funktionen und Aufgaben machen, das heißt, hier gibt man die Tätigkeit der Mitarbeiter vor. Das heißt, du machst x Kundenbesuche pro Woche, pro Monat, pro Quartal. Du musst x Neukundentelefonate pro Tag bringen. Ich erwarte mir so und so viele Bestandskunden, die du pro Woche besuchst oder auch nachtelefonierst. Und wie messe ich das Ganze über Besuchsberichte oder versendete Angebote. Und das ist das sogenannte Mikro-Management. Das kann im Telefonvertrieb sinnvoll sein. In der Praxis ist es halt sehr oft passiert, dass Mitarbeiter sehr kreativ bei der Gestaltung und bei der Beschreibung der Besuchsberichte sind. Daher sollte man da immer ein Augenmerk machen, wie kann ich das wirklich überprüfen. Der Sales-Fundle oder Verkaufstrichter, der ist eine ganz tolle Geschichte. Warum? Weil ich hier den Verkaufsprozess in einzelne Schritte unterteile. In der Literatur gibt es da von fünf Stufen, sieben Stufen, neun Stufen, unterschiedlichsten. Das ist in erster Linie jetzt einmal egal. Sie haben ein Beispiel in meinen Vorlesungen drin. Sie müssen sich das als Trichter vorstellen. Trichterförmig verringert sich die Zahl der potenziellen Kunden nach Interesse am Produkt, die im Verkaufsgespräch sind. Ein Angebot erhalten und unterschreiben. Jeder Kunde wird als Vertriebsprojekt gesehen und müssen ausreichend Kunden in der jeweiligen Phase da sein. Das ist eine sehr aufwendige Methode. Sie haben jetzt diese drei Methoden kennengelernt und Sie müssen individuell für sich, für Unternehmen entscheiden, was der beste Ansatz ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass Sie mir zugehört haben. Und wiederum auf bald!